Hello everybody, hier ist Dirt Checks TV und die Dirt Checks spielen heute Abend im Sonic Ballroom und ich denke, wir werden uns alle treffen. Und ich kann dieses super Video und dieser super Qualität, die euch zeigen, weil mir meine Tochter ihren Selfie-Stick geliehen hat. Und ich hoffe, es wirkt nicht unruhig auf euch, dass ich mit euch hier durch die Wohnung laufe, sondern ihr denkt, wow, der Jens setzt aber technisch drauf. Also, heute Abend Rock'n'Roll, mal gucken, ob es beim Jens auch aufgeräumt ist. Eine Sekunde, naja, es hält sich schwerst in Grenzen und jetzt wird die Kamera unruhig, ich stolpere, alles klar und jetzt schönen Abend noch. Tschüss.